hallo liebe freunde davis von idl seines hier so ein jahr neigt sich dem ändern entgegen und es wird mir wieder zeit danke zu sagen wirklich danke dass ihr mich so toll unterstützt hat das ganze jahr über sei es einfach nur in dem ihr videos geschaut habt ihr geteilt habt meinen kanal geteilt habt oder aber mir kommentare hinterlassen habt denn nur durch euer feedback kann ich letztendlich sehen was wollt ihr was kann ich verbessern was soll ich lieber nicht machen oder einfach was kann ich tun um euch den besten content zu geben und in diesem sinne muss ich wirklich sagen ich bin unheimlich dankbar dass ich eine tolle und geniale community wie ich euch habe die mir einfach tipps gibt da ich auch momentan etwas experimentieren videos gibt immer trotzdem tipps okay das gefällt mir das gefällt mir nicht das könntest du verbessern und das sollte lieber nicht zu machen deshalb bin ich wirklich extrem dankbar dass es so leute wie euch habe hätte niemals gedacht dass sie überhaupt so leute gibt aber genug der schleimerei ich hoffe auf jeden fall das hält auch bis 2014 an so dass wir eventuell bis ende des jahres unsere 1000 abonnenten erreichen könnten allerdings steht es noch eine stern und jetzt wollen wir erst mal den jahres wechsel feiern und deshalb wünsche ich euch und eure familie ein frohes fest einen guten rutsch tolle geschenke und einfach eine wunderbare und schöne gemütliche zeit in der ganzen familie zusammen unter dem tannebaum beziehungsweise wie einfach weihnachten feiern ich bin erst ab dem 11 januar wieder in berlin und kann euch dort erst wieder videos geben bis dahin müsst euch noch gedulden aber ich will das video nicht so strapazieren in dem sinne wünsche ich euch einfach ein schönes fest und kommt einfach gut rüber und wir sehen uns auf jeden fall im nächsten jahr bis dann haut rein